Jemand hat mal gesagt, unser Schicksal hängt nicht von den Sternen ab, sondern von unserem Handeln. Aber ich glaube, dass alles aus einem bestimmten Grund passiert. Du hast keine Ahnung, wie man flirtet, stimmt's? Schätze, ich hab's neulich versaut. Allerdings. Und was wirst du dagegen machen? Ich würd' das gern wiederholen. Dann tu's. Du bist ein netter Kerl, Dawson. Ich würd' dir gern helfen. Wenn du mich lässt. Ich soll mich von einer Mander fernhalten, richtig? Du hast dir also ein Mädchen geschnappt, das sich unter ihrem Niveau verglübt. Hat sie dir gesagt, du bist was Besonderes? Du bist ne Null. Niveau! Böses passiert, wenn man sich mit bösen Menschen abgibt. Er hat versucht, mich zu beschützen. Wenn du mich nie mehr sehen würdest, was würdest du sagen? Bitte tu das nicht. Das ist ein Wunder, dass sie noch am Leben sind. Sollen wir irgendjemanden anrufen? Amanda? Dawson. Ist ein bisschen her, was? 20 Jahre. 21 Jahre. Aber wer zählt die schon? Das ist gefährlich. Wieso? Du hast es irgendwie geschafft, noch attraktiver zu werden. Hättest du nicht einen Bierbauch oder eine Glatze kriegen können? Der verlorene Sohn kehrt zurück. Sieh an? Seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, hat sich eine Menge verändert. Was ist eigentlich passiert? Das Leben. Was willst du hier? Du bist mein Vater und hast mich wie ein Tier behandelt. Das ist ein kleines Stück Scheiße, Dawson. Komm mir bloß nicht in die Quere. Du hast vielleicht Nerven, wieder hier aufzukreunzen. Wie konntest du denken, du wüsstest, was das Beste für mich ist? Denn du warst doch das Beste für mich. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Untertitelung des ZDF, 2020